Grandchamp-Belohnung. Mir fehlen 6 fucking Siege! 4 hab ich schon! Und das ist mir erst ungelogen 3 Tage später aufgefallen, wo ich schon längst gespielt habe, wo ich natürlich auch schon längst abgestiegen bin, weil ich halt natürlich durch die neue Steuerung komplett scheiße gespielt habe. Ich hab mich selber gehasst. Wirklich, ich dachte mir so, warum hab ich nicht daran gedacht, dass ich nicht vorher die 6 Siege mir geholt hätte, was easy gewesen wäre, hätte ich kein Problem mit gehabt, aber nein, ich hab nicht dran gedacht und jetzt bin ich natürlich nicht mehr ein Grandchamp und muss mich jetzt wieder hocharbeiten. Egal, auf jeden Fall ist das jetzt natürlich ein Struggle, wo ich gerade drin bin, denn ich hab nicht die Grandchamp-Belohnung für diese Season und ja, ich hatte 2 Optionen. Eventuell, ich setze die Steuerung wieder zurück, so wie ich es hatte und mach kurz die 6 Siege und mach's dann wieder neu, würde aber auch...